So, grüßttings, Ombres Mojárez, Chico se Chico aus der Donauinspect, Elden Ring Network Test. Ähm, pssst, Öte des Plünderers, Strühfluss, vor deinem Tor. Vor deinem Tor, da gehen wir hin. Ich glaube, das müsste richtig sein. Ja. Ja. Genau, ich habe mir nur den Zauber ausgerüstet, den Wohlfeuer gekauft, den Meteorit. Und nur den Meteorit, das ist der andere habe ich eh schon gehabt. Der wird aber sowieso jetzt auch so kämpfen. Siegelgefängnis, okay. Was muss jetzt wieder da? Bluthund, Ritter, Daryville. Ja, Marikas Pfahl, ich glaube, das müsste ziemlich... Ah, das ist ein neues. Ja. 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 ich glaube der wird schwer oh ja der wird schwer Probieren wir mal Magic, wie das aussieht. Na, nix! Ich werde nicht ohr mehr troffen, ich werde nicht ohr mehr troffen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Ah, wo hat meine Seelen dahintanz? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 David Hafti David Hafti David Hafti David Hafti Aber ich glaube, mit meinem Magieschwert mache ich den meisten Schaden. Ich glaube, mit meinem Magieschwert mache ich den meisten Schaden. Ich glaube, mit meinem Magieschwert mache ich den meisten Schaden. Ich glaube, mit meinem Magieschwert habe ich den meisten Schaden. Das muss ich jetzt gleich mal testen, das kann ich aber, das hätte ich aber da auch gekämpft, ist ja wurscht. Da, da hätte ich was da gekämpft. Aber nein, ich möchte wissen, was das tut. Was ist das? Okay, okay. So, jetzt haben wir elf, wir werden eine Viertelstunde wieder am Bus, das war zwar ziemlich knapp, aber es hat gereicht, ich mache jetzt einen Cut, vielleicht machen wir noch einen Drachen. Also, hasta luego. Okay. 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 Okay.